Das ist nicht Warcraft in Space. Es ist meine Berufung, dem allgemeinen Wohl der Menschheit zu dienen. Persönliche Macht war niemals mein Ziel. Wie kommentieren Sie dann diese Aussage? Niemand wird mich aufhalten. Nicht Sie, noch die Konföderierten oder die Protos. Niemand. Ich werde über diesen Sektor herrschen oder ihn atomisieren. Das, das lasse ich mir nicht bieten! Ihr Arsgeier glaubt, ihr könntet mich hier in Frage stellen, wie dieses Interview ist. Ich sehe sehr gerne, wie er sich windet. Aber die Liga wird das ja doch wie alles andere vertuschen. Diesmal nicht. Mengsk hat die Medien jahrelang als Waffe eingesetzt. Jetzt drehen wir den Spieß um. Diese Sendung hat uns einen größeren Sieg gebracht als 100 Schlachten. Vermutlich hast du recht. Dafür haben wir die Revolution ja überhaupt erst begonnen. Es ist noch ein weiter Weg. Aber vielleicht war das ein Anfang. Herzen und Gedanken gewinnen. Das waren immer deine Worte. Weißt du was, Matt? Am Ende wirst noch du diesen traurigen Haufen anführen. Oh nein. Dafür schleppe ich sie doch mit, Sir. Bis zum nächsten Mal. superhero. throughout ということ in der Mitte. Du bist ja.